102 wir haben jetzt einen ganz großen sprung mal von 66 jahren auf 102 ok mit mir ist es schon ein bisschen schwieriger zu kämpfen kriege ich hin kann dauern noch ein bisschen aber blödes herz darauf auswänden schlüssel direkt schon sehr geil hallo herzchen aha ich hab dich auch noch getroffen aber ich gehe gleich drauf wenn ich nicht auf wasser holen da muss ich doch irgendwie aufkriegen zauberkristall hier sind eins zwei drei vier abladen ok dann gehen wir gleich erstmal nach oben nee wir gehen erstmal hier lang nach oben ist der ausgang wäre sinnvoll tatsächlich erstmal hier unten lang zu gehen erledigen noch nicht voll noch nicht wollen aber ich glaube der mime jetzt so feenring du brauchst jetzt ganz viele sachen so feuerkälte donnerwind ok aufrüsten wir haben ja schon wind stein und metallbrecher reingesetzt ist das zu fassen das ist jetzt krass muss man ja schon sagen äh dann machen wir einfach weiter da nehmen wir als nächstes feuer ein bisschen was und dann die nächste aufwertung kommt auch nur gegen waffe attribut äh ist ok ich lass heilig einfach mal weiterhin läuft ja ganz gut oh hopp hopp du warst mir ein bisschen zu nah hallo mime komm her komm her und lass dich besiegen oh mal keine mime wind stein ok hallo mime so warten und jetzt ich dachte wir würden jetzt daneben aber doch glück gehabt was ist das für eine tür normal oh jetzt muss ich tatsächlich da hoch können äh das ist natürlich sehr fies jetzt vater mhm so wir brauchen osmond weil ich sehe da oben schon was normale tür türschlüssel fehlt uns natürlich müssen wir hier wieder zurück äh so ätzend wenn sowas passiert ich hoffe mal der schluss steckt in dieser truhe hier drin natürlich nicht aber ist zerbrochen ja automatisch zerbrochen verwendet okay ich hatte jetzt voll ich hatte voll herzklopfen ich hatte herzklopfen okay es funktioniert tatsächlich ich ach komm die mime schaffst du doch meine güte ich habe eine schaffst du doch die mime ich habe ich habe Amulette braucht einfach mal verkaufen. Haben wir bis jetzt gar nicht wirklich gebraucht. Das einzige, was wirklich nützt, ist den Gift-Amulett. Ein Kells-Amulett haben wir bis jetzt so selten benutzt. Eigentlich so gut wie gar nicht. So wie Fluch-Amulett ist der eigentlich simpel. Der Fluch macht ja nicht. Der bringt mir keinen Schaden. Nix. Der ist einfach nur da, um mir das Leben schwerer zu machen und die Waffen zu wechseln. Aber das war's auch schon. Mehr macht dieser negative Zustand hier gar nicht. Er zieht mir nichts ab. Keine Einschränkungen wie Klebe. Ach genau, Klebe-Amulett wäre auch ganz gut noch. Ähm, ja, aber wenn ich dann hier noch Sachen habe wie Gegengift oder Seife, ist mir alles relativ schnuppe. So, wo ist denn jetzt langsam mal dieser blöde Schlüssel? Nein, du siehst nicht aus wie ein Schlüssel. Aber ich könnte damit auch die Tür aufsprengen, wenn's nicht anders geht. Da bist du ja. Weil ich will nämlich doch den letzten Adler holen und dann auch verschwinden. So, nein, nicht hier lang. Einer weiter. Äh, so ätzend für den letzten Adler noch da hinten hinrennen. So, öffnen wir die Tür. Äh, Gott. Ich muss Punkte einsammeln. Warten. Und jetzt können wir loslegen. Ja. Ich bin durstig. So. Die Waffe reparieren. Und oder so. Jetzt den Gefährten jetzt ändern. Und hier bekommen wir Krone, okay. Ich finde das doof, dass wir jetzt bis jetzt nirgendwo einen Ort haben, wo wir die ganzen Sachen einsetzen können. Also, bin ich momentan wirklich jetzt nur gezwungen, erstmal die Ebenen zu machen, ne? Bis ich einen Ort gefunden habe, wo ich das Ganze einsetzen kann. Ein Tyro besagt halt entweder in der Zwischenebene oder er ist ganz, ganz am Ende. Bei 400 Jahren. Bevor da irgendwas passiert. Soll ich rausgehen. Ich glaube nicht, ne? Außer für Essen. Aber egal. Ich werde es schon irgendwie schaffen. So, jetzt ist es wieder ein kleiner Schritt. Davon ist gerade mal drei Jahre oder so, ne? War nicht viel. So, wer gibt's dir? Zehn. Ist es euer Ernst? Hier sind wir nicht mal so dicht zu 200, 300. Aber neun. Karo. Das eine heißt Klee. Ein bisschen gescheuert. Hätten sie auch Kreuz nennen können. Das sind ja die Karten. Da ist eine Tür. Das heißt, ich brauche den Düsterschlüssel. Also. Wir laufen in eine andere Richtung. Da haben wir noch einen Pili. Der Tor kann hier nur eins bedeuten. Oh, Reparaturhuber geht um zum Neiger. Okay, Ausgangsschlüssel. Sehr nice. So. Wechseln. Ah, die Truhe öffnet ja auch. Da haben wir den Schlüssel. Und dann sammeln wir den Upline. Und. Wir bleiben erstmal bei ihm. Na komm. Ah, ich tue schon wieder. Karo, wie geht's dir? Autsch. Du brauchst ziemlich rein. Nein, du brauchst ziemlich rein. Ja, erstmal wechseln. Ah, dann halt eben die Leben der Rüstung erst, bevor wir den Billy umnieten. Auch gut. Was ist los? Kommst du nicht hinterher? Aha. So, erstmal auffrischen. Alle Charaktere. Wundervoll. Dann kann's weitergehen. Tor. Da haben wir den Ausgang. Den Schlüssel haben wir bereits. Die ganzen Adler will ich natürlich noch mitnehmen. Boah. Das hat mich doch noch getroffen. Ich bin gerade abgelenkt wegen dieser blöden Rüstung. Von den ganzen anderen Gegnern, die hier noch rumlungern. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. So. Oh, ist auch wieder fast voll. Gefällt mir sehr. Ja. Dann kann ich mal die Dürsteblumen mal eben machen. Ich wundere, dass ich da noch ausweichen konnte. Aber gut. Wir sind bereits schon Ebene 8 und es ist jetzt immer noch kein Zwischen. Drohung des Westen. Aha. Haben wir jetzt alle, Adler? Magier. Nein, da hinten ist noch einer und dann können wir auch verschwinden. Was willst du, hä? Zerbruchmischung wert. So, öffnen wir auch mal die Tore. Zauberpistalle. Beb, beb, beb. Rebecca, du bist einmal wieder dran. Du brauchst die Punkte nämlich. Du brauchst ziemlich viele Punkte in deiner Ohren. Rüstung. Hau ab. Oh, das war Glück. So wenig Geld. Oh, eine große Truhe. Könnte eine Königsmyre drin sein. Könnte aber auch eine Falle sein. Was für mir jetzt lieber wäre. Stein. Und es ist eine Falle. Das ist gut. Volle erraten. Giftfalle. Ich habe sie entschärft. Und wir bekommen What the hell is that? Ein kreuzender. Krasse Sache, Alter. Ein neues Schwert. Für unseren Helden. Das sieht ja krank aus. Ein sehr mächtiges Zweihandschmuckstück. Hammer ausrüsten. Lass uns doch mal bei ihm mal sehen. Trägt das auch ein Zweihänden oder nur in einer Hand? Auch nur in einer Hand. Joa. Sieht nice aus. Muss ich aber erstmal leveln. Und das wird so. Warte mal. Was hast du denn für Sachen? Aha. Oh. Perfekte Waffe für die Fäenlingens. Für Fähe. Da packen wir noch Wind rein und dann hat sich die Sache. Dino-Angriff ist auch gut. Aber hier ist Metall und Stein drin. Dino-Angriff ist gut für jemand anders. Aber das kriege ich auch so hin. eine schöne Waffe für den Fäenring um aufzuwerden. Sehr nice. Sehr nice. So. Einmal wieder wechseln. Ich glaube, das war es jetzt. Genau. Dino-Angriff ist das war es. Ich lasse es mal einfach mal. So. Mal hier rein. Oder draufstellen. Näh. Wieso wird das nicht... Das wird sogar... Na doch. Das erkennt man sehr, sehr, sehr schwach. dass es markiert wird. Schaffen machen wir noch eine Ehe, ne? Ja. Keine Ahnung. Warte mal. Gegenstände. Ja. Was können wir großartig jetzt tun, ne? Könnten eben kurz rausgehen, um mal Essen zu holen. Also. Das ist das Einzige. Was wir machen könnten. Also bestes Huhn holen. Falls doch mal so ein Zwischen-Boss kommt. So. Erstmal Aufbauungsschalter. Hier brauchen wir die ganzen Sachen nicht. Ich verkaufe die jetzt einfach mal. Schatztron-Schlüssel. Könnte ich rein, torredig, auch verkaufen. Das verkaufe ich tatsächlich auch noch, aber da ist mir noch ein bisschen ungeilig. Ich habe trotzdem immer noch Schüsse. Es funktioniert, aber ich habe Schüsse. Wasserheilung. Dingens lasse ich alles mal da. Stärke trank lasse ich mal da. Gegenstände kaufen. 200. Gut, dass ich mich ein bisschen aufgehoben habe. Jetzt haben wir Kohle, aber glaube ich mal, dass wir gleich so schnell leer gehen. für den Stein kriegen wir noch Schlöppel jetzt zwei. So, Autoreparaturpulver behalte ich lieber nicht. So, wir brauchen Gegenstände die Bestes holen. Reparaturpulver brauchen wir auch. So. Seife, wir haben da noch Seife. Wir holen uns noch die Bestes Wasser. Können mal Seife verkaufen. So viel brauchen wir auch wieder nicht. Ersatzmannpulver. Fehlerbelebenspulver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18. Reparaturpulver. Dann Feder brauchen wir erstmal auf. 2, 4, 6, 18, 15, 13, nehmen wir mal 14 Hähnchen mit. 2, 4, 8, nehmen wir noch zweimal Wasser mit, dann haben wir auch eine schöne gerade Zahl. Gegengifte, Ja, passt, Weihwasser passt. So, wir könnten noch eine Feder mitnehmen und dann guckt euch das mal anders an. Die Kilt ist schon wieder weg. So, was brauche ich? Donner, ne? Donner und Dino-Angriff war das für die Waffe. Dann holen wir uns für den restlichen Geld Dino. Drei Stück. So, dann holen wir uns dann noch drei Donner. Jetzt müssen wir aber in eine Stadt gehen, weil er hat das nicht. Finde ich ein bisschen schade. Das wäre jetzt cool, wenn wir wirklich alles verkauft. Wirklich das wäre schon krass. So, dann holen wir uns noch Donner. Und das war es schon. Das Geld ist wieder Löw. So. Düt, 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 düt. Obwohl ich eigentlich jetzt auch noch die anderen Waffen hier erstmal upgraden sollte, weil hier auch noch Donner drin ist. Nicht viel, aber etwas. Hier ist sowieso sehr viel drin. Und Feuer. Obwohl, das wollte ich nämlich für das aufbewahren. So. Donner und Dino. Donner ist drin. Dino muss noch rein. Ich würde das mit der Waffe upgraden. Also, hier fehlt uns noch so viel. Stein und Metall. Und Feuer habe ich dran. Naja, gut. Noch das Gebiet. Machen wir in der Galerie der Zeit weiter.